Wie geht's? Wie war der Flug? Ja, lang auf jeden Fall, aber auch angenehm und australischen Boden jetzt unter den Füßen. Für mich auch das erste Mal, aber fühlt sich gut an. Ja, und du hast ja schon angekündigt viel Whisky. Hast du deinem Namen Trinkmann denn diesmal Ehre gemacht an Bord? Nein, ich habe null Alkohol getrunken an Bord und übrigens hier trinke ich selten Alkohol. Ja, ja, aber weil du geschrieben hast auf Social Media, habe ich gelesen, jetzt Whisky. Wenn man nicht schlafen kann, dann hätte man das mal machen können, vielleicht einen Jack Daniels trinken oder so. Aber war nicht nötig, ich konnte gut schlafen, alles war gut. Wunderbar. Und du hast natürlich auch dein Bord dabei. Yes. Wunderbar. Du konntest ja nicht fahren, aber ansonsten zwischendurch mal in Singapur. Nein, mein Bord ist immer überall dabei, egal wo ich hinreise, ob das jetzt Brasilien war oder Norwegen oder Dänemark. Ja. Mein Bord ist immer dabei. Was versprichst du dir von den nächsten Tagen, bevor es ins Camp geht? Ja, ich freue mich jetzt auf dieses Abenteuer und ja, auf geht's. Was machst du? Noch mal spielen, entspannen, noch mal... Noch ein bisschen chillen im Hotel. Ja. Noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, die Seele noch mal zwei, drei Tage baumeln lassen und dann wird es ein bisschen anstrengender. Absolut. Und auch mal richtig gut essen wahrscheinlich. Gut essen, ja, ja. Mal gucken, was es da so alles gibt. Ja, ich freue mich jetzt. Ja, ich freue mich jetzt... Vielen Dank.